Pep Guardiola im falschen Film. Kaum sind die Fragen zur ersten kleinen Krise der Bayern verstummt, folgt das nächste große Thema. Wieder selbst verschuldet, ähnlich unangenehm, aber eigentlich halb so wild. Die traditionelle Weißbierdusche für die gewonnene Meisterschaft. Ich weiß, es ist eine große Tradition. Ich mag die Tradition. Die Spieler können wissen, dass das für mich kein Problem ist. Wenn sie wollen, können sie das machen, nur die Spieler wollen. Natürlich machen die Spieler das Bierduschen, sie haben weniger und weniger Optionen, um im Finale Pokal zu spielen. Das ist sicher. Aber kein Problem. Natürlich nicht. Wie seine Vorgänger muss er sich an die bayerische Kultur erst noch gewöhnen. Die Weißbierdusche ist das eine, die traditionelle Tracht bei der Fahrt zum Rathausbalkon das andere. Ich habe mir auch gesagt, die Mannschaft geht in Tracht, also in Lederhose und Tracht nimmt auf den Autokursor. Trainer auch? Trainer auch. Ja. Das sieht gut aus. Ja? Ja. Sehr gut. Wirklich angefreundet hat sich Guardiola mit den bayerischen Eigenheiten noch nicht. Mit dem Anlass der Feier schon er. Über die deutsche Meisterschaft wird er sich sicher nicht beschweren. St neural Virtus personal, und das ist okay.